Ihr wollt bei eurem Miele Geschirrspüler den Fehler auslesen. Dazu zunächst einmal das Gerät ausschalten. Start-Stopp-Knopf und einen Ausschalter gemeinsam gedrückt halten bis ein Punkt erscheint. Einen Ausschalter loslassen. Start-Stopp-Knopf 1, 2, 3 mal gedrückt halten bis es anfängt zu blinken. Jetzt, solange die Start-Vorwahl-Taste drücken bis F erscheint und hier könnt ihr den Fehler ablesen. F, 2, 4. F, 24. Ihr wollt den Fehler jetzt auch löschen. Start-Stopp-Knopf gedrückt halten bis 0 erscheint. Wir sind fertig. Ciao.